Unterscheiden Sie Bonus, Skonto, Barzahlungsrabatt. Nun, ein Bonus ist eine Gutschrift nach dem Kauf. Ein Skonto ist ein prozentualer Nachlass und dieser Nachlass wird gewährt für die Zahlung innerhalb einer kurzen Frist. Also man kann sagen, Skonto ist ein prozentualer Nachlass für sehr schnelle Zahlung. Man bekommt die Rechnung und man zahlt sie praktisch. Man überweist praktisch sofort und dann kann man dieses Skonto abziehen vom Rechnungsbetrag. Und ein Barzahlungsrabatt ist ein Nachlass für Barzahlung. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.